ok willkommen zurück zu euer KX Gamer großes paket sehr großes paket ja ich muss hier glaube ich nicht viel sagen ja und haben wir auch hier jetzt sieht man mal die Nala auch mal komplett Nala macht gerade mehr action warte mal Nala komm her komm her ok das ganze video kann man über Nala spüren was denn ja so wir haben jetzt mal andersrum heißt jetzt haben wir hier noch mal keinen Tisch sondern hier sieht man das nur mal den Sofa wenn man den sieht weiß nicht Kamerafrau sieht man den Sofa ein Stück das ist unser Sofa hier das muss man nicht sehen ja ist aufgerottet halt ja wie gesagt und meine Kamerafrau ist wieder da die muss die Kamera das Handy halten und ja normalerweise sollte ich erst in 4 Wochen den bekommen aber Meermarkt hat mich heute angeschrieben eine E-Mail geschrieben dass ich den abholen darf und dann habe ich den abgeholt jetzt ist schon am gehen ja wir haben jetzt Dienstag unser Hund jagt gerade seinen eigenen Schwanz und rennt jetzt weg wir haben Dienstag 21 uhr schon 21 uhr 10 wir sind ganz erst mal auch so angekommen ja naja dinge schwer genau das riesen karton das sieht wirklich ich weiß nicht ob es eine Kamera so sieht aber es ist groß es ist wirklich groß das Karton ähm das Paket ich weiß nicht ob ich das gleich alleine rauskriege sonst weiß ich nicht ja hoffen wir mal Vor der Seite auf der andere Seite ist genau das gleiche steht's Preis liegt bei 799 Euro aufgrund von 800 Euro dann ist es euer Bedenkt Lieferzeiten heißt es dauert bis ihr den habt äh bei mir war es zuvoll dass ich den heute bekomme ab und uhr so ich würde sagen wir boxen erstmal an ist ja nicht so oft bei uns außer dann vernascht die Welt und so wir boxen ja einmal im Monat was an diesen Monat schon drei Sachen oder ja boah einmal die Glücksbox dann die vernascht die Welt und auch das jetzt ja jetzt legt los die anderen wollen es wissen was wieviel Zeit sind wir denn schon zwei Minuten ach da kann man ja nochmal eine längere Türen nein ok machen wir schon tja das ist offen das ist immer neu kleiner Tipp das Unbox äh Schere die Schere muss ein bisschen nach unten halten Unboxschere ja die muss mal wieder in der Wasch was ist denn hier für Dreck dran ja äh ich weiß gar nicht alles ist gar nicht mehr zugeklebt ein kleiner Tipp an Rande wo wir beim Mediamarkt waren hat der Herr hier zweimal den PIN falsch eingegeben ja da wollte ich eben man zahlt ja so einen hohen Betrag an mich Karte ja das macht ja jeder und ja ich hab meinen PIN vergessen ich sag's mal so ich hab's vergessen ich wusste den nicht mehr ich stand davor und hab die Karte ich wusste meinen PIN nicht mehr ok ich war so aufgeregt ich war auch so happy ja ich hab ehrlich gedacht die Frau verarscht mich jetzt wo die mich angeschrieben hat dass er da ist aber der hat mich nicht verarscht ähm du kannst doch mit der Kamera mal eine Erklärung ankommen ja 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 oh du riechst du den Geruch von neu boah das Stück bisschen ich seh das schon du musst mich nicht reiten fangen wir mal an ähm wir haben hier Klopapier er mal gucken er mal das unwichtigste auch schon das ist unnötig der ist echt schwer so auszupassen aber gut ähm ich glaube das nein unwichtig das was ich jetzt gleich in der Hand habe das ist die ähm für die Versicherung wichtig ja heißt der hat ja eine Zulassung heißt ich muss morgen zur Versicherung wie das abläuft und so mit der Versicherung das werde ich euch in einem anderen Video sagen heißt ich werde den auch mal testen jetzt und ähm dann euch sagen wie der so ist ja Klopapier ähm ist ihm was wichtiges denn drin ne keine Ahnung ach so ein bisschen Klopapier ja ein paar Hinweise bla bla da 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 blieb boop ja wer das lesen kann bitte sagen ja unwichtig okay äh dann haben wir noch Stecker bisschen weiter nach unten halten Entschuldigung den Aufladekabel weil es ja ein E-Roller ist also muss er aufgeladen werden der Netzteil soweit ich das verstanden habe ist im Roller verbaut das heißt man hat nur das Kabel das war schon mal gut man muss nicht so viel Kabel rumschleppen das ist schon mal gut ja schmeiß weg das ist halt für die Räder vollpumpen halt noch weiter hoch okay für die Räder aufpumpen weil die die sind halt sehr versteckt aber das zeige ich euch gleich mal naja und dann haben wir noch ganz wichtig ja zum festen Schrauben hier sind noch Schrauben drunter ja das sieht man voll jetzt ja ich will jetzt ungern die Schrauben raus und dann haben wir die gleich verloren so jetzt mal eine Seite ja so was machen wir denn mit dem Karton aber schmeiß ich dich rein dann gibts Mediamarkt zurück wenn man denen gleich nachher in eine Papiertonne rein tut die Nachbarn beschweren sich weil sie so voll ist dann tun wir jetzt mal nicht mal haben wir Kunststoff ne wie heißt das denn nochmal ja überleg mal Kunststoff machen wir Styropor Styropor ich habe ehrlich gesagt das ist ein Knall der zu voll aber doch nicht und nochmal Styropor das war laut oder der arme Junge unter uns der denkt sich auch an was macht ihr da oben so wegschmeißen sieht das ist so ok der ist schon mal ober was ich jetzt hier mache ich weiß schon ein bisschen was ich mache weil ich es mir angeguckt habe vorher ich war ja schlau da haben wir schon den Lenkrad ja der Lenkrad ist höher als ich ich bin klein ok geht das nein ich bin klein wenn ich höher gehe dann sieht man was ich muss mal den Kabel rein so so ey eieieiei boah ey mach mal hin ich kann nicht die ganze auf Zehenspitzen stehen so jetzt kann sie wieder runter gehen danke ja da haben wir schon was was macht auch mal weg ein Styropor muss das dabei sein so jetzt sind ja da für die Schrauben da also wir machen den auch soweit schon mal fertig wie gesagt fahren und wie er sich so verhält ja was machst du denn da auf einmal ist es alles gut nein ich weiß jetzt nicht wie man anhört auf einmal hä ich hab den Bildschirm gar nicht angepackt der reagiert nicht der reagiert nicht der reagiert nicht warum reagiert der Bildschirm nicht weiß nicht er hat mal Ausfälle irgendwie keine Ahnung was damit macht alles kauf dir ein neues Handy das ist doch gerade ein neues Handy das musst du jetzt rausschneißen ach bitte naja wie gesagt ähm jetzt läuft sie oder ja also da ja gut wie gesagt ähm muss ein bisschen zurückgehen ja ja wie das sich wie er sich verhält und so das wird dann nachher mal in ein nachher mal in ein zweites Video kommen auch wegen Versicherungen wie das abgelaufen hat ob so schnell oder langsam keine Ahnung so was denn jetzt schon wieder nein dein Gesicht also komm mal her ach hier haben wir dann diese vier Schrauben hier zwei hier zwei auf der anderen Seite ist das genau das gleiche ja der folgiert das nicht so richtig die Schrauben müssen einfach rein beschraubt werden wie man das gut ja deine Hände sind schwerfass das Ding da schraubst du aber auch wie bekloppt das ist nicht mein Problem du wolltest das Ding haben nicht ich ja und dann testest du mal und dann bist du total verliebt daran ich bleib beim Fahrrad ich bleib beim Fahrrad ich mach mal jetzt auf die andere Seite ich glaub dann so ein bisschen gleichmäßiger als wenn man es immer auf die andere Seite noch macht oder keine Ahnung hier gehts leichter rein hier gehts leichter rein der ist groß oder der ist größer als ich also dieses Ding ist nicht für kleine Menschen geeignet allein du kannst das hier nicht anpassen ich höre das ist so ich bin echt zu klein du stehst ja darauf das heißt das muss man nachher mal testen hier ist die Schraube voll tief und auf der anderen Seite ist es noch nicht so tief vielleicht ich weiß nicht wie fest man die ein bisschen macht die Schrauben nicht so fest ja dass sie gleich abbrechen aber auf der anderen Seite und vorne kommen auch noch mal zwei rein ich werde durchverlappt ich habe gewundert warum ich noch zwei Schrauben habe Alter